Wie sollte man deiner Meinung nach am besten Schluss machen? Also meiner Meinung nach sollte man es persönlich machen. Vor allem die No-Go's sind vor allem durch SMS oder Telefon oder im Facebook einfach Schluss machen. Also ich finde offen und ehrlich, direkt sein und wenn man dann Schluss macht, dann endgültig. Und es gibt dann auch keine Freundschaft mehr zwischen der Ex-Freundin und dem Ex-Freund. Also ich würde einfach persönlich mit ihm reden und einfach meine Meinung sagen. Und einfach nicht über Facebook, über Kollegen, keine Ahnung. Ich finde es einfach lächerlich, wenn man einen Kollegen schickt und ihm sagt, ja mach Schluss für mich. Ich meine, wir sind genug Geld für das, um selber zu machen. Für jeden ist das etwas ganz anderes. Und vielleicht hat jemand wirklich Angst und dann macht man das per Handy oder E-Mail. Aber ich finde am besten dann den Menschen zu sehen und das alles persönlich zu sagen natürlich. Ja, am besten persönlich und ja nicht per WhatsApp oder Telefon. Und den Grund dazu noch sagen, warum man jetzt Schluss machen will. Ja, sicher nicht in der Öffentlichkeit, irgendwo privat und persönlich auf jeden Fall. Ja, am besten persönlich, in einem netten Gespräch. Also nicht per Telefon oder SMS. Das ist nicht nett. Ja, aber ich war da noch nicht so in der Situation. Also es ist eigentlich immer schwierig und man findet ja eigentlich nie den passenden Moment dazu. Und ich finde einfach, man sollte sich selber bleiben und die Wahrheit sagen und dann irgendwie noch hinten durchreden. Ehrlich sein von Anfang an. Ja, es ist am fairesten und es gibt am wenigsten Verletzungen. Cut.